Hallo, ich hoffe es geht euch gut. Ich habe eine riesige Bitte an euch. Und zwar ein Freund von mir und seine Freundin haben zusammen so einen Kurzfilm gemacht. Und zwar machen sie mit bei einem Wettbewerb von der Deutschen Post. Achso, und ich spiele da mit und auch ein Freund von mir. Das ist sehr, sehr cool geworden, finde ich. Und ich zeige euch auch gleich nochmal einen Clip. Es gibt auch sozusagen, also der erste, ich meine der erste, zweite und dritte oder nur der erste wird in einem Museum ausgestellt. In Berlin, glaube ich. Und da gibt es auch noch einen Publikumspreis. Das Video gewinnt den Publikumspreis, der die meisten Likes auf dem Video bekommt. Wenn ihr Bock habt und Zeit, gerade mal ganz kurz, könnt ihr den Link hier unten klicken und es euch mal angucken. Und wenn es euch gefällt, dann würden wir uns alle sehr, sehr freuen, wenn ihr dem Video dann einen Daumen hoch gebt. Genau, also vielleicht gefällt es euch ja, vielleicht habt ihr Bock zu gucken und dann vielen, vielen Dank.